Eine schnelle, zauberhafte Botschaft für dich, für genau jetzt. Der gläserne Palast, unsichtbare Welten. Neue Wege werden in den unsichtbaren Welten geboren, bevor sie für kurze Zeit in der sichtbaren Welt aufleuchten. Konzentriere dich zuerst auf die unsichtbaren geistigen Welten. Hier webt sich die Magie der Manifestation. Ja, wie du schon sehen kannst, geht es hier um die Gedankenwelt, um die Manifestation, das heißt von den Gedanken, die Wünsche, was man sich sehnlichst wünscht, zu manifestieren, das heißt in dein Leben zu ziehen, zu verwirklichen, physisch umzusetzen. Es könnte sein, dass es hier das eine oder andere Thema noch gibt, das dich beschäftigt und du hier immer mal wieder negative Gedanken drin hast. Lass die negativen Gedanken los und konzentrier dich auf die positiven, denn dann ziehst du auch die positiven Dinge und Menschen an. Alles Liebe.